So, willkommen zurück zu India Jones und der Tum von Babel. Wir sind immer noch im Level Maro. Maro, eh. Maro? 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 Ist ja egal. Und, äh, genau, letzte Folge ist immer ein bisschen in der Pyramide rumgestiefelt. Beziehungsweise in den Pyramiden, weil ich ja in die eine reingegangen bin und dann plötzlich in der andere war. Durch einen Untergrund, durch eine Untergrundverbindung, einen Tunnel oder so. Äh, genau, und da haben wir dann so einen roten Laserstrahl. Ja, nicht Laser, sondern Lichtstrahl. Ist ja kein, äh, konzentriertes Licht. Haben wir dann, äh, von einer Pyramidenspitze losgeschickt. Das ist dann auf Boden runter und da kam dann so ein, so eine Steinstatue von, ich nehme an, das war Anubis oder so, äh, zum Vorschein. Und, äh, dann haben wir das mit einem Prisma zurückgeschickt und dann ging da bei diesem Haupttor, äh, ging da eine Verriegelung weg. Und ich denke mal, das müssen wir jetzt einfach noch ein paar Mal wiederholen. Was ist das denn hier jetzt? Gehst du da oben weit? Oh, guck mal. Da geht's tatsächlich weiter. Ja, aber so nicht. So. Oh nein. Schlangen. Ja, ja, ich weiß, dass du Schlangen hast. Aber da gibt's einen... Oh, du Scheiße. Wow, das war jetzt, das war jetzt. Wow, das war jetzt wieder richtig nubig von mir. Ich hoffe, man hat die zwei weggeflogen. Ja, die hat auf jeden Fall gebracht. Zwei haben überlebt. Wer findet die zweite? Da drunter. Okay, ich glaube, die kann ich da nicht so einfach treffen. Die kann da, glaube ich, aber auch nicht raus. Es ist eine Tür. Aber ich scheine sie von dieser Seite nicht öffnen zu können. Aha. Okay. Was haben wir hier hinten noch? Äh, wo ist das denn? Ah, ja, ich erinnere mich. Das ist hier, genau. Oh oh. Hä? Ach, schau mal an. Unsere Freunde sind auch wieder da. Äh, ich hätte eigentlich damit rechnen müssen. Dass die uns, äh, noch ein bisschen Gesellschaft gönnen werden. Rotes Gesocks. Okay, erst mal ein bisschen Geld abgegriffen. Bzw. ein Smaragd. Oh, ist das hier alles verwinkelt. Richtig cool. Äh? Also irgendwie... Hä? Was hat mir das denn jetzt gebracht? Okay, also manchmal stellt mich das Spiel schon vor Rätsel. Das dachte ich mir schon fast, dass man hier hoch kann. Hier sieht es auch so aus, als ob man hoch könnte. Ah, guck mal. Hier ist sogar das Feuerholz schon da. Noch ein Auge. Der Strahl fällt auf den Wüstenboden. Der grüne Eie ist watching you. Äh, ja. Achso, das ist hier das Dingens hier. Gut, das heißt, ich muss jetzt wieder raus. Aber was das hier genau macht, das, äh, gibt mir immer noch Rätsel auf. Guck mal, ich mach mal schnell da Licht rein. Äh. Hm, komisch. So, und ich nehm mal schnell sowas hier. Weil ich die Befürchtung habe, dass, äh, ich jetzt gleich ein paar Sowjets begegnen werde. Äh. Ah, jetzt verstehe ich's. Okay. Hm, eine Statue. So, und wer liegt da begraben? Hm. Das weiß er nicht anscheinend. Also ganz ehrlich, so richtig will ich ja jetzt nicht raus, wenn da so viele... Ja, genau, die wissen natürlich schon, dass ich hier bin. Du bist hier! Scheiße, ich hab mein Jeep da hinten gel... Uuuuua! Aua. Ach nee, mein Jeep steht hier. Oh, oh. Das mach ich mir doch gleich mal zunutze. If you know what I mean. Hallo! Oh. Fehlt. Verdammt. Verdammt. Na, wo is' er hin? Oh, der schmeißt mit Granaten! Das wird nicht funktionieren. Ganz ehrlich, den mach' ich so verrätig. Oh! Ups! Das war jetzt auch hier aus Versehen, als gewollt. Ich hab's nur aus dem Augengrünsel gerade noch so gesehen, dass da dieses Licht ist. Ja, selbst einfach sehen, ruhig hier den, äh, der Staat holt das Auge ein, während da links noch ein paar Russen unterwegs sind. Okay, was sehen Sie? Wahrscheinlich grünes Licht. Nehme ich jetzt einfach mal an. Und viel Sand. Hat er sich selber erledigt? Ja. Noob! Eine Granate. Eine Granate. So, mal noch schnell die ganze Munition einsammeln. Das war jetzt eigentlich ziemlich hilfreich, dass die da, äh, dass ich da den Cheap hatte. Und deshalb hab ich mir wirklich einiges an Munition gespart. Das ist durchaus nicht ganz unwichtig. Warte mal, war da hinten auch noch was? Ne, ich glaub, da war nichts mehr, ne? Da hab ich keinen. So, ich guck mir mal schnell deren Gefährt an, ob ich da auch einsteigen kann. das wäre, das wäre, das wäre, das wäre noch lustig. Neh, da geht nichts. Schade. Oh, lo. Aber ich kann aufsteigen. Yeah. Ja, cool. Bringt mir nur absolut nichts. Okay. Dann, äh, Moment. Was muss ich jetzt tun? Genau, ich muss hier wieder rein. So, warte mal, wie ging's denn da? Okay, das ist kein Problem. So, hier ist aber nirgendwas drin, oder? Nee, ich glaub nicht. So, mal schnell zwischengespeichert. Äh. Okay. Das ist auch verdammt creepy. He's watching you. Ja, und nu? Toll. Das ist nicht da durch. Da geht immer das Auge ab. Warte mal. Sollte es wirklich so einfach sein? Tatsache. Ah. Ah. Das war jetzt aber auch wieder knapp. Okay, was haben wir jetzt hier alles? Ziemlich viele Gerippe. Und eine bunte Gewand. Oh, ein Gelddänser. Cool. Hey. Okay, da oben geht's glaub... Oh, ist das hier? Ah, Tatsache. Ist ja interessant. Der nimmt einfach diese Leichenkästen als Leiter. So ein ausgefuchster Schlingel. Uuuuuh. Guck mal, da ist schon wieder dieses, dieses, äh... Feen-Symbol, oder was auch immer das darstellen soll. Oh! Loll. Haha. Ich glaub, die Spitte war genauso erstaunt wie ich. Dass da eine ums Eck... Was genau bringt mir das hier? Was genau bringt mir das hier? Äh, ja, das dachte ich mir schon fast. So, was macht das jetzt hier? Ah, guck mal einer an. Jetzt ergibt dieses komische Symbol da... Unten nehm ich sogar einen Sinn. Eigentlich dachte ich mir, das ist nur da, wenn, ähm... Wenn ich dieses... Verdammt, ich hab's echt schon wieder vergessen. Haha. Aserims. Okay, Aserim. Aserim ist es zum Fliegen. Oh, ein Aufzug. Cool. Oh, doppelter Aufzug. Doppelt cool. Haha. Ah, jetzt bin ich wieder hier, alles klar. Hä? Das war doch hier. Sag mir jetzt nicht, dass... Ich, ich war zu langsam. Ich war zu langsam. Ich, ich glaub, ich war einfach zu langsam. Okay. Gut zu wissen. Oh, oh. Wow, das war aber auch knapp. Ja, hey. Oh. Ah, ich hatte schon so'n Geräusch vorhin gehört, aber ich dachte eigentlich, das ist die, äh, äh, komische Falltür da. So, jetzt machen wir mal hier das Ganze ein bisschen schneller. Komm schon. Hoch da. Los. Ja. Works. Nice. Hol. Und da haben wir das, das schon das nächste Feuer, das wir entzünden können. Das ist mal gelb. Was hat denn jetzt alles rot, grün und gelb bis jetzt? Das Licht der Erkenntnis öffnet alle Türen. Okay. Kann ich da jetzt... Okay, die Dingens ist nicht offen. Kann ich einfach wieder runterschweben? Genau. Und dann kann ich einfach wieder zurück, oder? Ja, das müsste es da oben ja eigentlich gewesen sein. Gut, dann haben wir schon den dritten, äh, das dritte, äh, Dingens hier. Prisma, oder was auch immer das ist. Ja, ne, Prisma ist ja das eine, oder? Oder war das das Prisma? Na, ist ja egal. Äh, auf jeden Fall das dritte. Oh. Äh, dann könnte ich ja theoretisch wieder zurück und dann eigentlich gleich noch das vierte irgendwie finden, weil, äh, da jetzt extra dafür rauszugehen, das ist auch nicht so sinnvoll. Ich muss ja später dann eh noch raus, fällt mir gerade so ein. Weil es muss ja eigentlich noch ein viertes geben, oder? Wobei mir da gerade nicht sicher bin ich, weil ich meine, ich glaube, dass ich alle Wege so ziemlich abgearbeitet habe, oder? So, ja, hier ist es safe, das ist gut. Äh, hier war ich drin, ja. Hier war ich drin. Hier war ich auch drin, genau. Genau, das war hier hinter dieser komischen Schatztruhe, oder, oder, Sarkophag, nicht Schatztruhe. Genau. Dann geht's hier hoch, da ist es dunkel. Oh, Mann. Ja, toll, so sehe ich doch nichts. Ist doch keine so komische Schlange, oder? Wo man anzünden kann. Äh, da geht's nach oben. So. Und nun? Warte mal, hier muss es doch irgendwie nach oben, genau, okay. Alles klar. Ich hör da jemanden laufen. Okay, jetzt bin ich gerade im Maximum verwirrt. Da kann ich auf jeden Fall nicht nach oben. Warte mal. Da kann ich aber nach oben. Und da war ich, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, das sieht mir relativ unbekannt aus. Gut, Leiter hoch, oder geradeaus? Ich würde sagen, das entscheide ich einfach in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch eine Bewertung da. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Ich freue mich über jedes Abo. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge von Indiana Jones und der Tom von Babel. Bis dann. Tschüss.